Ich begrüße vom Kinderschutzbund Duisburg Wolfgang Voskamp. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Voskamp, Sie haben sich aufs Fahrrad gesetzt, in einige Kilometer geradelt. Wie viele waren es denn insgesamt? Insgesamt 235, die eigentliche Tour plus An- und Abfahrt 240. Es ist die Elfstädentort gewesen. Elfstädentort ist niederländisch, heißt Elfstädtetour, findet statt im niederländischen Teil vom Friesland, das heißt also in Westfriesland und heißt deswegen so, weil man alle elf Städte, die in der Provinz sich befinden, anfährt. Und das ist so eine große Acht, die man fährt. Und das ist eine wahnsinnige Veranstaltung, weil 15.000 Teilnehmer dabei sind. Alle acht Minuten starten 650 Radfahrer. Und wenn 15.000 Teilnehmer da auf der Piste sind, dann ist das schon toll und das Schönste ist, die sind alle nett. Ja, und Sie haben uns ein paar Eindrücke von dieser Reise mitgebracht, nämlich ein paar Fotos. Da würde ich jetzt ganz gern mit Ihnen mal reinschauen und dann können Sie vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Da sehen wir schon das Erste. Können wir gerne machen, ja. Das ist da beim Start in Bolsward, dann fährt man immer verschiedene Stempelstellen an. Hier sieht man einen Rückstau. Dieser Rückstau entsteht bei den Stempelstellen, weil man natürlich warten muss, bis ganz, ganz viele Leute dann durch sind, ihren Stempel abgeholt haben. Und wenn man an diesen 15 Stempelstellen durch ist, dann bekommt man hinterher die Medaille, die man ja auch gesehen hat schon. Das ist meine schöne alte Klassikerin. Die wird im Herbst 30 Jahre alt. Ein wunderschönes Rindrad, wie ich finde. Und auf dem ich immer noch sehr, sehr gerne fahre. Und mit dem Rad sind Sie jetzt auch auf dieser Tour gewesen und haben ordentlich Geld erradelt, sozusagen. Genau. Wie viel Geld ist denn da zusammengekommen und was passiert konkret damit? Also bis heute sind es 1.913,50 Euro. Ich hoffe, dass da die 2.000 noch knacken. Konkret passiert damit Folgendes. Das geht an den Kinderschutzbund in Duisburg und zwar dort an die Fachberatungsstelle. Die Fachberatungsstelle dient dazu, Kinder, die sexuell misshandelt worden sind, wirklich zu begleiten, zu fördern. Wir haben eine Psychologin, die das macht. Sie begleitet mit zu Gerichtsterminen, sie begleitet mit zu Hilfeplangesprächen, hilft den Kindern aber auch bei der Überwindung des Traumas. Und wie sie mir mal erzählt hat, ist es ganz häufig so, dass die Kinder als kleine Kinder, wenn sie denn da misshandelt worden sind, schon mal kommen. Und dann als Jugendliche nochmal, wenn das Thema Sexualität auf einmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und deswegen setze ich mich gerne dafür ein. Ja, und ich finde eine wichtige Aktion, die Sie ja dann eben auch dazu beitragen, ist, dass Sie sich auf den Sattel schwingen für diesen guten Zweck. Sind denn da in naher Zukunft noch weitere Aktionen geplant? Sie haben mir ja eben im Vorgespräch verraten, dass Sie ja noch so den einen oder anderen Euro zusammenbekommen wollen. Haben Sie da schon Pläne? Ja, also für das nächste Jahr würde ich gerne wieder mitfahren. Es hängt aber davon ab, ob ich einen Zuschlag bekomme. Es werden nicht nur diese 15.000 oder 15.000 Teilnehmer melden sich an, sondern es werden immer mehr Anmeldungen eingehen. Und dann muss ausgelost werden. Und wenn ich ihn losbekomme, dann kann ich wieder mitfahren. Und dann fahre ich im nächsten Jahr auch für den Kinderschutzbund. Wir haben aber jetzt in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Duisburg eine Ausstellung auch von September bis November. Und können im Rahmen dieser Ausstellung, das hat mit dem Fahrradfahren nicht zu tun, sondern mit meinem zweiten Hobby der Fotografie. Ich habe ein paar Leute um mich herum gesammelt, die einen Fotoclub bilden. Und im Rahmen dessen können wir Bilder ausstellen. Die Bilder können gekauft werden. Und tatsächlich können wir hinterher zum Schluss auch noch eine Veranstaltung machen, eine Auktion, in der dann Bilder versteigert werden. Und ja, da hoffen wir natürlich auch darauf, dass da noch ein bisschen was zusammenkommt. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Wieso engagieren Sie sich denn so sehr in Ihrer Freizeit, um eben Spenden beispielsweise für den Kinderschutzbund zu sammeln? Was treibt Sie da an so? Ursprünglich war es mal ein Zeitungsartikel, der sich darauf bezog, dass diese Stelle, diese Fachberatungsstelle möglicherweise wegfallen muss, weil sie ja von dem Kinderschutzbund im Ortsverband Duisburg getragen werden muss. Und wenn die Gelder nicht zusammenkommen, dann hätten wir es halt nicht mehr durchführen können. Und da habe ich einen langen Artikel gelesen und der stand in der Zeitung. Und daraufhin habe ich mich mit der Vorsitzenden Frau Tobergte in Verbindung gesetzt, telefonisch, und habe mit ihr gesprochen. Und sie hat mich so sehr davon überzeugt, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch ein gutes Thema. Und ich bin in meiner Ausbildung damals mal in einer Staatsanwaltschaft gewesen bei der Station bzw. Dezernat Gewalt gegen Frauen und Kinder. Und wenn man mal so ein bisschen mitbekommt, was es da so alles gibt, dann weiß man, da muss man sich einsetzen. Sie selber sind ja auch für den Kinderschutzbund tätig. Wie lange machen Sie das schon und was sind da konkret Ihre Aufgaben? Ja, ich bin im Vorstand tätig, helfe da so ein kleines bisschen aus. Ich bin allerdings noch, ich habe vier Jobs und meine beiden Hobbys und noch eine Familie. Sie sind so gut ausgelastet. Multitasking sozusagen. Ja, ich habe keine Langeweile, aber soweit es geht, versuche ich denen dann schon noch so ein bisschen da auszuhelfen. Also im Vorstand Tätigkeiten auszuüben. Und manchmal wird dann eben halt auch so ein bisschen um Rat gefragt, weil ich mal irgendwann Jura studiert habe. Ich bin Rechtsanwalt und deswegen kann man da schon mal vielleicht das eine oder andere so ein bisschen begleiten. Wie muss ich mir denn die Arbeit vom Kinderschutzbund auch konkret vorstellen? Ganz vielfältig. Also Menschen, die jetzt damit nicht so viel anfangen können? Ganz, ganz vielfältig, muss man sagen. Also neben dieser Fachberatungsstelle, die einen Teil ausmacht, gibt es noch ganz, ganz viele Projekte. Da sind Projekte Wunschomas, Wunschopas. Das finde ich persönlich ganz besonders schön, gerade für Kinder, die vielleicht keine Familie haben, keine gute Anbindung haben, wo beide Eltern berufstätig sind und die Kinder letzten Endes nicht versorgt werden können über den Tag. Da können sich Großeltern finden, die mit den Kindern spielen, basteln, Dinge machen, die Großeltern mit Kindern normalerweise machen, mit Enkelkindern. Wir haben das zu uns, mit uns, gerade für Kinder, die aus dem Ausland gekommen sind, noch nicht so wissen, wie funktioniert das eine oder das andere in Deutschland. Wie geht man zum Arzt, wie fährt man mit dem Bus oder sonstige Dinge. Es gibt noch viele einzelne Projekte, weitere Sprachparten. Und da können wir wahrscheinlich stundenlang weiterreden. Uns läuft noch leider die Zeit davon. Herr Voskamp, ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch und toll, dass Sie sich so engagieren. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Danke.